hallo 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 hier ist ein neues reaction video heute bin ich alleine wir gucken uns ein video von rezo an ich kenne es noch nicht leider ist heute der daniel nicht mit dabei aber das kriegen wir auch hin nach dem intro geht's schon los schoki banoki schonungslos nach dem intro sind wir jetzt und dieses rezo video ist wie nennt er das eigentlich das nennt sich rezo remix ein million abos special dieses video ist ein dankeschön so geht es los und ich bin mal gespannt was er da gemacht hat danke für eine million abonnenten für viele geile augenblicke für freundschaften die stolzesten gäste ich mach jetzt ein promo i love it rezo ja lol setzt euch hin ich mach jetzt ein promo i love it rezo ja lol naja 1 2 3 ich würd gern bang der lund nochmal 1 2 3 also ich muss sagen fängt schon cool an also der hat die ganzen momente aus den videos rausgeschnitten und hat dort ein beat runtergelegt und es hört sich super an für mich also ich als totaler laie sage perfekt das sieht richtig gut aus und hört sich auch gut an wie oft sagt ihr denn ich hab ein loch also das hatte in so vielen verschiedenen situationen scheinbar gesagt ist ja voll anzüglich naja naja Penis also die ganze Wurst also das macht mich schon ziemlich geil Penis also die ganze Wurst nein ihr wollt ich meinen ja ok uhhhh das sind meine Neppel ach ey voll geil ey uhhhh das sind meine Neppel ach ey voll geil ey die kann ja voll gut tanzen sag ich seh ich gerade hier wer ist das denn verdammt nochmal ich kenn die gar nicht so dumm so dumm nama du bist auf Rezo ahhhh ja das war so dumm nama du bist auf Rezo jetzt gehst du dich wieder auf setz euch hin ich mach jetzt ein Porno hey oh mein god i love it rezo ja lol ey rezo ja lol ey setz euch hin ich mach jetzt ein Porno hey oh mein god i love it rezo ja lol ey wie süß naja 1 2 3 ja also ich muss sagen ich bin jetzt schon überzeugt ich finde das finde das Video gut das Lied ist super würd ich auch gerne können kann ich aber nicht der Lull ey 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 nochmal 1 2 3 ja ich würd gern bang der Lull ey 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 nochmal auf der Scheide auf der Hand du bist schon auch ein Mann fürs Leben nö bitte sucht nachzudenken Spaß was ich heute mache ist was ganz besonderes denn oh denn nice Tittenbilder ich mache Pornos iiii nice Tittenbilder ich mache Pornos iiii warum ist die Frage weil du gerne bummst was weil du gerne bummst was bummst weil du gerne bummst was ok aber wieder back up to topic und ab jetzt leise sein weil wir machen bisschen Feuer ich höre das ist wichtig einfach das ist Kunst das ist was für die ganze Familie Kunst bin ich überhaupt klug bin ich eigentlich dumm ich weiß es nicht wär ganz cool das mal rauszufinden das ist geil Alter ist das die ist das die krasser Witze die da äh grad eben da gesessen hat die öfter schon mit Rezo was gemacht das ist geil Alter ja das ist die voll Rezo for president commodities Rezo Rezo setzt euch hin ich mache jetzt ein Lob ek Das ist die krasse Witze. Ja, hat er gut gemacht, also ich muss sagen Respekt und Anerkennung Rezo, ich habe den Rezo ein paar mal jetzt gesehen, will mir auch noch dieses Video angucken, zerstört die CDU, habe ich noch nicht getan, vielleicht mache ich das auch mal als Reaction, keine Ahnung, auf jeden Fall musikalisch hört sich das alles super an, für meine Laienohren, aber letztlich ist es auch so, Rezo hat es drauf, würde ich sagen, auch wenn es jetzt kacke wäre, würde ich sagen, es ist kacke, für mich kacke, aber für mich hört sich das gut an und diese Bilder waren auch cool und das Mädel, das er getanzt hat, sah ich gut aus, ich würde sagen, weiter so machen Rezo, ich bin gespannt, was da noch so kommt und jetzt sagen wir Cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Reaction Video oder zu irgendeinem anderen Video von Shoki Banoki, bis dann. Bis zum nächsten Mal.